Hey Leute, willkommen zu dieser Folge. Ich wollte nur kurz sagen, dass ich wenn ich 200 Abonnenten habe, würde ich einen 200 Abonnenten-Listream machen 6 Stunden und wir sagen gerade Kurs auch Apropos und das ist richtig low langsam und da habe ich mir gedacht 200 Abonnenten-Special-Stream Wenn ihr Bock darauf habt, schreibt mir einen Kommentar und ich gucke es mir an, ob ihr das wollt und bitte schreibt nicht einfach ja, gutes Video oder so schreibt echt, ob ihr ein 200 Abonnenten-Stream haben wollt und nicht einfach gutes Video und dann Like und so also so richtig, richtig schreiben Leute, bitte. Das würde mich sehr freuen, wenn ich so richtige Kommentar kriegen könnte. So, nimm bald sage ich gerade nochmal den Kurs und ich hoffe wir gewinnen die Runde schnell und knaggig weil das wäre eigentlich schon das Video und schreibt mir auch unten in den Kommentar ob ihr eine Idee für was ich aufnehmen könnte. Ich habe sonst keine Ahnung mehr was ich im Video sagen soll, aber bitte schreibt unten im Kommentar, ob ihr schon einen Livestream haben wollt und alles klar, wir sind halt 2 gegen zwei, vier, sechs, sieben, acht acht, nur ein Stück also, jetzt trifft er mich und dann ist es und dann ist es und dann ist es und dann ist es und dann die er hat die anderen beim anderen chor gut geschafft team ob ich nicht mitgegeben oh mein gott leute ich bin scheißegal ich hab ich hab' ein kill alter schwede wir machen mal noch eine kurze runde und wir sehen uns gleich wieder soll er wir sehen uns in der nächsten und ich verstehe nicht warum leute liefen und dann also join und dann liefen und mein kumpel vorher richtig kreis als richtig auf jeden fall ein geiler team muss ich sagen mal gucken mal wie auch diese runde gewinnen das wäre geiler start alles klar so wir sind hier gerade gut am start und ich hoffe auch wir gewinnen diese runde alter habt ihr gerade diesen blogger mit sie gesehen ich hab' eine idee ich hab' eine richtig dreiste idee also wie ich gerade rage hier mal challenge bitte nicht abschießen leider machen challenge leider bitte nicht abschießen ich mache challenge bitte nicht abschießen ich mache und und ja ja nicht abschießen ich habe gerade ein bisschen mehr so reklammer auf youtube für youtube ja 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 alles ist die abonniere abonnieren 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 aber 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 hat halt auch jeder eine angel oh man wir sind so gg leute ich würde mal sagen wir haben verkackt und wir sehen uns gleich in der runde qsg und leute ich wollte mal was ansprechen was anderes auch ansprechen ein neues format das ich probieren will zu bringen und das wäre dass ich qsg runden aufnehmen ganz normal halt und dann schneide ich dir also keine stimme nur nur gameplay man sieht meinen face nicht man sieht nur das gameplay mit sound oder ohne sound und dann schneide ich das so ganz gechillt mit musik hinten und mache das zum beat und platz dann hoch wie eine mini mini montage nur nicht so gut geschnitten wie eine richtige montage also wo ich eine runde gewinnen und dann schneide ich das ganz gut wie gesagt und und um macht das macht das dann auch so um wie eine kleine mini montage könnt ihr bitte gerne unten in den kommentar schreiben ob ich das mal einmal versuchen soll und ihr schreibt mir dann ob ihr das weiter haben wollt weil ich kann ja nicht hellsehen und sagen ja das mögen die 100 p weil ich finde die community soll bestimmen eigentlich auch ein bisschen ein bisschen was der youtuber hochlädt weil da kann es sein dass ihr sagt auch das ist so kacke macht das nicht aber das kann auch sein dass ihr sagt oh ja alter geil und es ist richtig cool und was weiter also ich weiß es ja nicht und darum werde ich das versuchen und dann mal gucken ob ich das also ich werde nicht so viel in die kurs gerunden dann schneiden ich werde das was ich schneiden werde ist dass ich das ist eine ganz normale kurs gerunde wo ich dann halt schneide zum beat schneide und zum und schwarz zu kanten und so ein paar kleine kleine keilen wenn ihr das haben wollt dann kann ich das ja mal probieren und will ja eigentlich uhrc sehen wenn ich also ich kann ja mal uhrc zocken und dann könnt ihr mir unten in den kommentar schreiben ob ihr das sehen wollt weil wie gesagt das ist richtig so ein spamer man das ist so leute ich hoffe die folge hat euch gefallen lassen leichter abonnieren mich wenn ihr neu seid und dann würde ich sagen wir sehen uns das nächste mal wenn ich wieder ein video mache also seit bis zum nächsten mal